In diesem Video werden wir Barcode Label der Tabacode 128 ZB Schriftart entwerfen. Die RPU Barcode Software hat zwei Panels, Barcode Einstellungen und Barcode Planung Blick. Wählen Sie Art und Barcode Schriftart. Geben Sie Barcode Wert, Komposite Daten, Kopf und Fußzeilen. Passen Sie die Größe Ihrer Barcode. Hier finden Sie Einstellungsmöglichkeiten sehen können. Können Sie Ihre Barcode nach Ihren Wünschen einzustellen. Wenn Ihr Etikett hier Anforderungen benötigt, weitere Vorbeinformationen über Barcode Etikett. Sie können in Barcode Planung Ansehen entwerfen. Stellenkarte Eigenschaften. Wählen Sie Barcode von Zeichenwerkzeugen und doppelklicken Sie darauf. Wählen Sie Typ und Barcode Fund. Geben Sie Barcode Wert, Komposite Daten, Kopf und Fußzeilen. Jetzt können Sie Größe und Farbe Ihrer Barcode Etikett anzupassen. Wählen Sie Text und Art. Stellen Sie Schriftart Ihres Textes. Hier können Sie sehen, verschiedene Zeichenwerkzeuge. Im Bildtol können Sie an der Bild durchsuchen und Sie können mehr als ein Barcode auf dem gleichen Etikett hinzuzufügen. Sonderformen erhältlich. Von hier aus können andere Bibliothek Bilder hinzufügen. Die RPU-Werkzeug bietet außerdem einige Funktionen zu verbessern. Sie können Liste der Barcode mit Stapelverarbeitung Serie zu generieren. Hier können Sie Datenblatt als Excel-Datei und Text-Datei-Format importieren. Sie können auch Datenblatt exportieren als Excel-Datei und Text-Datei-Format. Im My-Funktion können Sie Barcode Etikett erstellt senden. In Druckoptionen gibt es zwei Modi. In vordefinieren Etiketten können Sie nach verschiedenen vordefinierten Marken drucken. Hier tausende von Produktmodell für jedes Etikett der Marke zur Verfügung. In den nutzdefinierten Optionen können Sie die Druckeinstellungen nach Ihren Wünschen. Wenn sie manuell gedruckt werden soll. Offset-Druckeinstellungen. Klicken Sie auf die Schaltfläche drucken. Hier Barcode Etiketten gedruckt werden. Wenn Sie mit Hilfe von Laser-Drucker drucken möchten. Stellen Sie die Druckeinstellungen nach Ihren Etikettenbogen. Klicken Sie auf die Schaltfläche drucken. Hier Barcode Etiketten beim Drucken und sofort einsatzbereit. Danke für Ihren Besuch.